Ganz schön gefährlich, die Scheiße. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Widersprache. Warum hast du mich hierher geführt? Was willst du hier? Eigentlich gar nichts. Ich wollte nur mal sehen, was du da auf dem Kasten hast. Wenn ich dein Waffengefährte werden soll, kaufe ich doch nicht die erstbeste Katze im Sack, oder? Irgendwas sagt mir, dass du Ärger mit jemandem hast. Und jetzt rennst du in Tawar hin und her und versuchst, irgendwie davor wegzulaufen. Ich sehe schon. Dir kann man nicht so schnell was vormachen, was? Versuch nicht abzulenken. Also, was steckt dahinter? Ja. Die Jungs aus dem Fonds haben mir zwei Tage gegeben. Und wie lange ist das her? Och, so auf die Stunde genau, kann ich das gar nicht sagen, aber etwa zwei Monate? Du bist ein hoffnungsloser Fallmann. Man sollte dich zur Notschlagung freigeben. So, so. Ja, die Gemüter bestimmt ganz schön erhitzt. Oh, das wird aber die Gemüter ganz schön erhitzen. Jep, und da ist das Problem. Wenn ich mich jetzt wieder regulär zum Dienst melde, dann werde ich vermutlich einfach eingebuchtet. Blöde Geschichte, was? Ich bin nämlich eigentlich viel lieber hier draußen. Nachvollziehbar. Finde ich eben auch. Und wie lange willst du das noch machen? Wie lange willst du das hier noch durchziehen? Irgendwann wirst du zurück müssen ins Fonds. Ja, oder auch nicht. Es sei denn, ich laufe mal einem Warlord über den Weg, der den Jungs im Fonds erzählt, dass ich auf einer ultra wichtigen Mission bin oder so. Naja, du hast nicht zufällig einen solchen Warlord aus dem Fonds in der Tasche, oder? Ja doch, Kaya. Vielleicht sollte ich mal mit Kaya sprechen. Ach, Quatsch. Du verarschst mich. Du kennst Kaya? Allerdings. Also, wir reden hier von dem Orakel und Warlord der Berserker, Kaya, ja? Nett. Mach keinen großen Wend darum, ich werde mich mit ihr beraten. Du kannst dir in der Zwischenzeit schon einmal die Bastion ansehen. Die Bastion? Du meinst die halb zerfallene Bruchbude in Caracas? Genau die. Dort versammeln sich ähnlich schräge Vögel wie du einer bist. Du wirst es mögen. Tja, was soll man da noch sagen? Wir haben schon genug geredet. Genau das wollte ich gerade sagen. Also, dann bis neulich. Und tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Schieb ab. Ja, schon weg. Missionen, die Leviten lesen. Nun. Ähm. Ich will eigentlich hier nochmal kurz gucken. Nochmal Mäuschen spielen. Hatten wir hier einen Telepor... Nee. Gibt es hier einen Teleporter? Ich frage für einen Freund. Oh ja. Hier gibt es einen. Oh fuck. Äh, ja, okay. Ciao. Ich muss dann mal weg. Wenn ich sehe, was die Viecher gerade so ausgehalten haben noch. Hu, hu, hu. Na dann. Ähm. Bunker des Dukes. Ja. Ja, 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 ja. Sollte passen. Mal kurz was trinken. Moment. Moment. Ich bin für die Ausbildung der Berserker zuständig. Sieht nicht so aus. Halber. Ach ja, war fertig. Da möchte ich gerne nochmal aufräumen. Aber da wird so schnell nichts. Ich habe dich im Auge. Ja, das ist, ähm, Geschichtsband. Suchst du was? Ja, ich guck mich nur um. Ich habe dich im Auge. Das ist schön für dich. Nehmen wir den Marker da weg. Und, ähm. Den da auch. Und den da auch. So. Später. Ich habe jetzt mit meinem eigenen Kram genug zu tun. Ähm. Aber. Ähm. 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 Später. Sag mal. Hm. Das ist jetzt schlecht. Sie ist eine. Das ist, wenn ich Fox mitnehme. Mist. Mist. Das ist natürlich schlecht. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Kommst du mit? Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Ich habe jetzt erst mal Sendepause. Oh, shit. Wir kommen nicht weiter, was das angeht. Na toll. Mach dir keine Sorgen. Da müssen wir jetzt mal andere Quests machen. Doof. Wollte den gerne mitschleppen. Verdammt. Äh. Dann nehmen wir mal das da. Azog. Können wir mit Azog mal reden. Das heißt, bevor wir nicht die nächsten Passus oder so anstreben, wenn sie wieder mit uns quatscht. Ja, dann geht das nicht. Schade. Ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Kora sagt, du verhinderst ihre Expedition. Redest du von der Wissenschaftlerin, Kora? Jene Kora, die von mir Soldaten haben möchte, um ein Himmelfahrtskommando zum alten Konverter zu unternehmen? Nur um irgendwelchen vagen Gerüchten nachzugehen? Ja, von der rede ich. Ja, von der rede ich. Hätte mir denken können, dass sie nicht locker lässt. Seit diesem Experiment ist sie äußerst schwierig geworden. Experiment? Kora hat an einer Destillation von Elex geforscht. Die dabei ausgetretenen Gase, sagen wir einfach, haben ihr nicht gut getan. Wenn sie nicht so wichtig für unsere Forschungen wäre, hätten wir sie längst ersetzt. Hm. Okay. Wegen Kora. Du willst, dass ich ihre Expedition zum alten Konverter genehmige, richtig? Ja. Nenn mir einen guten Grund, warum ich das tun sollte. Hm. Hm. Ich werde dafür sorgen, dass die Expedition ein Erfolg wird. Und wie willst du das anstellen? Ich weiß, was ich tue. Ich habe Erfahrung damit, mich in Feindesland herumzutreiben. Hm. Ist das so? Dann sollte der Expedition ja eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Viel Erfolg. Moment mal. Sollen wir etwa alleine gehen? Warum nicht? Sie hat doch dich. Ich dachte, du bist so erfahren. Ihr werdet das schon schaffen. Und wenn nicht, ein Problem weniger für mich. Woa nun? Ich wollte eh nicht mit anderen, also von daher. Dann gehen wir mal. Das mit der Begleiterquest ärgert mich jetzt ein bisschen. So, wo ist denn die Tante? Ach ja. Wie ist denn ein Haufen Zeug drin? Uh. Wartet. Können wir uns da bedienen oder ist da jemand da? Ich habe keine Ahnung, welchen Tag wir heute haben. Um mich herum ist alles still geworden. Ich zittere am ganzen Körper. Aber sie sprechen mich nur mit der Bezeichnung Subjekt 42 an. Hier geht irgendwas vor sich. Ich kann aber nicht erklären, was es ist. An die frische Luft darf ich auch nicht. Das einzige, was sie mir gelassen haben, ist dieses Aufnahmegerät. Überall scheint auf einmal Blut zu sein. Ist es echt? Oder bilde ich mir es nur ein? Auf dem Boden? An der Wand? Sogar unterm Tisch? Wo kommt das bloß her? Ich muss hier raus. Es fühlt sich alles so falsch an. Okay. Okay. Das Subjekt spricht kaum noch. Falls eine Unterhaltung zustande kommt, ist es schwer zu verstehen. Zusätzlich wurde festgestellt, dass es halluziniert. Nächste Phase wird eingeleitet. Die zu verabreichenden Medikamente werden erneut um das Doppelte erhöht. Ach, du Scheiße. Die Arme. Äh. Wo ist die denn jetzt? Ach da. Hi. Ich war bei Arzog. Ich habe von ihm die Genehmigung für deine Expedition bekommen. Das, das kann ich gar nicht glauben. Erstaunlich. Wo ist der Begleitschutz? Wie viele Leute hat Arzog uns bewilligt? Nalo ich. Mehr als mich wirst du nicht brauchen. Willst du mich eigentlich verarschen? Arzog will uns alleine zu dem alten Konverter gehen lassen? Da kann er uns auch gleich hinrichten. Danke für den Versuch. Aber ich glaube, das ist eine Scheißidee. Oder bist du stark genug, um mehrere Soldaten zu ersetzen? Ja. Das Viehzeug erledige ich im Schlaf. Der hinter uns ist, ähm... Hm. Du bist ja sehr zuversichtlich. Na gut. Aber wehe dir, ich überlebe die Reise nicht. Alter. So. Speichern. Dann. Auf geht's. Lass uns die Expedition zum alten Konverter beginnen. Eine große Ansprache brauche ich ja nicht zu halten. Immerhin haben wir niemanden, dem ich erklären müsste, warum wir losziehen. Außer dir natürlich. Wir haben von einigen Speern berichtet bekommen, dass in der Nähe des alten Konverters einige sehr schwach aussehende Kreaturen beobachtet wurden. Ich rede von diesen fremden, lilanen Kreaturen. Bis dato wussten wir nicht mal, dass sie überhaupt altern können. Zumindest soweit ich das weiß. Ich erzähle das besser alles unterwegs. Bist du bereit, um aufzubrechen? Na, auf geht's. Ich bin soweit. Lass uns zum alten Konverter aufbrechen. Gut. Dann mal mir nach. Nicht trödeln. Ja. Nicht frech werden. Du wolltest erzählen, worum es bei dieser Expedition überhaupt geht? Lasst uns erstmal hier verschwinden. Wenn wir draußen sind, erzähle ich alles. Okay. Bin ich ja mal gespannt. So, jetzt hab ich einfach nachgedrückt, jetzt kommen wir aus der Nummer nicht mal raus. War wahrscheinlich nicht die cleverste Idee. Sind wir alle noch beisammen? Sieht wohl so aus. Gut, dann weiter. Und lasst uns einen Zahn zulegen. Ihr habt ja alle gesunde Beine. Das bin doch nur ich. Was ist eigentlich damals passiert? Was meinst du? Du bist viel emotionaler als andere Eibs. Ach, das meinst du. Erzählst du mir jetzt, warum das so ist? Alles, was du wissen musst, weißt du bereits. Ich sollte vielleicht langsam mal erklären, was wir hier eigentlich machen. Na dann. Ihr kennt diese lilanen Biester, die Marakor quasi überrannt haben? Es gibt Gerüchte, dass an dem alten Konverter einige dieser Dinge gesichtet wurden, die merkwürdig schwach aussahen. Wir sind auf dieser Expedition, um Gewebeproben von ihnen zu holen. Und dafür brauche ich dich. Du musst sie für mich töten. Lebendig lassen sie wohl kaum saubere Proben aus sich herausschneiden. Was ist so besonders an diesen Tischen? Außer, dass sie schwache aussehen. Aber genau das ist das Besondere an ihnen. Soweit ich weiß, kennen wir nur bestimmte Klassen von ihnen, die sich innerhalb dieser kaum voneinander unterscheiden. Zumindest, soweit ich das weiß. Mir wird ja nichts erzählt. Meine Sicherheitsstufe ist nicht hoch genug. Aber ich schweife ab. Auf jeden Fall versuche ich mit den Gewebeproben herauszufinden, wie diese Kreaturen entstehen. Werden sie gewogen, konstruiert oder nur modifiziert? Ich weiß es nicht. Vielleicht lässt sich aus dem Wissen um ihre Beschaffenheit ein Nutzen für uns ziehen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Moment, ich bin ein bisschen stiller, weil Viecher und so. Wir müssen uns ursprünglich hergekommen sein. Aus Maraqua. Aber da gehen wir besser nicht hin. Viel zu gefährlich.